Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute der Auflösung des Gewinnspiels zur Neudeutsche Quellebox von Saphir. Das Ganze habe ich vor einem Monat hochgeladen am 9.11. und deshalb ist das Gewinnspiel gestern am 9.12. um 23.59 Uhr ausgelaufen. Wir haben 153 Kommentare und die Bedingung war ja ein Kommentar zu verfassen mit der Lieblingsline oder dem Lieblingstrack von Saphir und dem Kanal Unboxkings zu abonnieren und dieses Kanal aber auch öffentlich zu haben. Gut, wir arbeiten auch hier wieder mit dem YouTube Random Comment Picker. Das bedeutet, wir kopieren uns den Link hier, geben den hier hinein und dann sagt uns das Programm, wir haben 106 Kommentare. Die Differenz kommt dadurch zustande, dass von diesen 153 Kommentaren doppelte Kommentare bzw. ich auch auf sehr viele Kommentare geantwortet habe. Das heißt, 106 Kommentare sind hier wirklich unique, also einzig. Und jetzt schauen wir mal, wer von diesen 106 Kommentaren gewonnen hat. Pascal Makellos. Würde die Box gerne gewinnen, da ich Saphir und generell 187 feier, mir die Box aber nicht leisten kann. Meine Lieblingssongs sind Ticker Rap und All Stars. Gut, also Lieblingstracks oder Lieblingstrack in dem Fall 2 wurden genannt. Pascal Makellos. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, ob wir den User finden können. Das sieht doch gut aus. Kanäle. Hier haben wir seine Abos. Jawohl. Hier ist das Abo von Unboxkings. 938, das passt. Wir haben heute den 10.12.1348 und Pascal Makellos, du bist der glückliche Gewinner. In diesem Video findest du unten eine Kontaktadresse, eine E-Mail-Adresse. Bitte melde dich dort und schick mir deine Kontaktdaten, damit ich weiß, wohin ich die Saphir Neudeutsche Quelle Box verschicken darf. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und ja, aktuell läuft ja noch ein Gewinnspiel, JBG 3, die Box. Dieses endet am 01.01. Da wird es dann auch am 02.01. die Auflösung geben. Pascal Makellos, herzlichen Glückwunsch. Melde dich. Bis zum nächsten Video. Passt auf euch auf. Ciao. Bis zum nächsten Video.